Okay, liebe Gänste, liebe Leute, die da sind alle, ich möchte ganz kurz sagen, wir sind nicht gegen Menschen, wie halt mehrere schon gesagt haben. Ich habe selber zehn Jahre hier in Nürnberg im Kindergarten gearbeitet, meine Lieblingskinder waren türkische Kinder, arabische Kinder, das ist was anderes. Wir sind gegen Menschen, Männer, die allein kommen und wir kennen alle bestimmt mehrere Fehler, die im Nürnberg passierte, Vergewaltigung, von meiner Freundin, die Tochter war angefasst. Nur gegen diese Männer wollen wir was sagen und natürlich für unsere Merkel, was die weitermachen will, möchten wir Nein sagen. Weil die Leute, die E-Mann, mit E-Frauen, mit Kindern kommen, die Hilfe brauchen, können wir alle helfen. Das sagen wir alle, ja, helfen wir. Aber die Männer, die allein kommen und die sagen ganz ehrlich und ganz offen, wir brauchen die weißen Frauen, wir brauchen die blonde Frauen, wir sind in Deutschland, wir brauchen die Wohnungen, wir brauchen das Geld. Das möchten wir wirklich Nein sagen. Ich habe so eine Freundin, die allein stehende Frau ist, mit zwei Kindern. Sie bietet beim Regierung, dass Essen bezahlt wird. Sie kriegt kein bezahltes Essen für zwei Kinder. Die Leute kriegen alles bezahlt. Was sagen wir? Was können wir sagen? Einfach Nein. Dankeschön. Danke. Ich möchte bloß als Frau, ehrlich gesagt, als Frau habe ich jetzt Angst, abends zu gehen, irgendwoher raus. Früher haben wir, ich bin auch seit 23 Jahren hier, wir haben Wohnungen offen gelassen, wir haben Autos offen gelassen. Jetzt haben wir einfach Angst, rauszugehen. Ich bin dafür jetzt, schon an die Grenze, eine Gaspistole zu kaufen. Schauen, stimmt es. Deswegen müssen wir mit unserer Hilfe alles stoppen. Hoffentlich, dass uns Regierung hört, dass nach unserer Meinung Regierung was ändert. Ich drücke die Daumen, dass am Ende des März, wie halt unseren Seehofer, Ihnen Applaus, der für Seehofer, der macht was darüber. Der macht was dagegen, unseren bayerischen Seehofer. Hoffentlich, das klappt alles. Dankeschön. Dankeschön.